Ja, hallo Leute, willkommen beim Phantasas Studio Malservice. Trolle, die auf gepanzerten Bisons reiten. Gibt's eigentlich was Besseres? Vielleicht noch Bisons, die auf brennenden Bisons reiten. Oder so. Naja, das hier sind ein paar Trolle für Hordes. Und zwar eine komplette Unit Longriders, wie ihr sehen könnt. Und dazu der Anführer, der von den Longriders der Held, der Horthol. Einmal zu Fuß und einmal beritten. Unterscheidet sich unter anderem auch von der Einheit durch seine Panzerung und die Runen, die am Hammer hier eben vorhanden sind. Ich versuche gerade mal da ein bisschen ran zu zoomen, dass ihr euch die Jungs aus der Nähe ansehen könnt. Richtig große, bullige Viecher. Sehen richtig klasse aus. Dazu die Trolle bis zur Nasenspitze gepanzert. Macht sich wirklich sehr gut und sieht beeindruckend aus. Das sind richtig große Viecher. Nur mal als Vergleich. Ich stelle jetzt gerade mal einen normalen Warhammer-Org dazu. Dass man das mal so erkennen kann. Wow. Ganz schön. Ja, Anschluss wieder ein paar Bilder und viel Spaß mit den Burschen hier. Tschüss. Ja, Anschluss wieder ein paar Bilder und viel Spaß mit den Burschen hier. Ja, Brandon. Ja, Anschluss wieder ein paar Bilder und viel Spaß mit den Burschen hier. Bis zum nächsten Mal.